Wir suchen motivierte Kollegen und Kolleginnen, die Lust haben, proaktiv ihre eigene Karriere mitzugestalten und Teil eines tollen Teams zu werden. Wir sind alle darauf getrieben, so schnell wie möglich an Ziel zu kommen und unsere Ideen umzusetzen. Neben spannenden Projekten kannst du dich zusätzlich an vielen anderen Themen engagieren und somit dein Wissen kontinuierlich erweitern und eine Experte oder eine Expertin hinsichtlich vieler Themen werden. Wir von Capgemin Invent und ich in Person als Führungskraft sehe es als meine Aufgabe an, diese Talente von morgen hier in ihren ersten beruflichen Wegen zu begleiten. Immer wann man etwas braucht, gibt es jemanden, der mir seine Unterstützung anbietet oder sein Wissen mit mir teilt. Ich gehe auch extrem gerne ins Büro, weil hier immer eine super Stimmung ist und wir uns auch auf einer persönlichen Ebene alle voll gut verstehen. Wir sind in Österreich einer der wenigen globalen Player. Wir haben 350.000 Kolleginnen weltweit und auf dieses Wissen können wir zugreifen. Wir haben für Österreich ganz klare Wachstumsambitionen. Bis Ende 2025 wollen wir 100 Leute am österreichischen Markt haben, die uns dabei unterstützen, fokussiert in Financial Services und Manufacturing unsere Kunden zu betreuen. Willst du mehr erfahren? Dann klick auf den Link in der Beschreibung. Willst du mehr erfahren? Dann klick auf den Link in der Beschreibung. denk